Die Inselgruppe der Lofoten in Nordnorwegen hat eine lange Fischerei-Tradition. Qualität direkt aus dem Meer bietet der mehrfach ausgezeichnete Seafood-Produzent Lofot-Produkt AS. Beste Rohware wird handwerklich zu traditionellen Gerichten veredelt, zum Beispiel in der Lachsproduktion. Das mechatronische Antriebssystem MoviGear von SEW EuroDrive hilft beim internen Transport. Lofot-Produkt hat 2012 in ein ganz neues Werk investiert. Die Antriebstechnik für 52 Kettenförderbänder aus Kunststoff hat SEW EuroDrive Norwegen geliefert. Für den Anlagenbauer Holmeg Palettering war das effiziente, dezentrale Konzept der MoviGear-Einheiten ausschlaggebend. Das extrem hohe Anlaufmoment der Antriebe, bis zu 400 Prozent, erspart die sonst übliche Überdimensionierung der Systeme. Die optimierte Kombination aus Motor, Getriebe und Antriebselektronik in einem Gehäuse hat die Installationsdauer bei Lofot-Produkt um zwei Drittel verkürzt. Außerdem waren weniger Kabel nötig als bei herkömmlichen Konzepten aus Motoren und separaten Frequenzumrichtern. Die kombinierten MoviGear-Einheiten sparen bis zu 50 Prozent Energie und erfüllen die nötigen Hygienestandards. Die problemlose Inbetriebnahme der Antriebslösung von SEW EuroDrive hat die Anlagenbauer Dynatec und Holmeg Palettering überzeugt. So kann der Seafood-Spezialist Lofot-Produkt in der grandiosen Felslandschaft der Nordmeerinseln seinen Wachstumskurs mit hochmoderner Ausstattung fortsetzen. So kann der Seafood-Spezialist sein. So kann der Seafood-Spezialist sein. So kann der Seafood-Spezialist sein werden, indem wir alle Anlagenbauer Dynatec und Monagrande singen. Untertitelung des ZDF, 2020